6.2.2024, wir befinden uns im zweiten Jahr und davon Tag 348 zu Ukraine-Krieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Im Norden von Avdivka festigen die Russen ihre Positionen. Es gab zwar gemeldete ukrainische Gegenstöße, jedoch keine Gebietsveränderung auf beiden Seiten. Deshalb ist davon auszugehen, dass die Russen ihre neuen Eroberungen verteidigen konnten. Dennoch tauchen Videos im Internet auf, in denen die Ukrainer im Norden der Stadt russische Gefangenen nehmen konnten. Ein solches Video sehen Sie auch auf meinem Telegram-Kanal. Morgen wird zusätzlich zum Lagebericht noch ein weiteres Video erscheinen, in dem wir uns nur einmal mit Avdivka befassen und ebenfalls die ein oder andere Prognose ansehen werden. Bei Marinka scheitern die Russen seit Wochen an der Eroberung einer ukrainischen Stellung, welche jede weitere Vorwärtsbewegung der russischen Streitkräfte verhindert und versuchen diese wiederholt von zwei Seiten anzugreifen, um die Stellung zu umgehen, was wahrscheinlich erfolglos bleiben wird. Falls sich dennoch was ändert, sehen Sie es zuerst bei WarnTactic. Jetzt wird es recht interessant, denn die Ukraine riegelt Kherson für Ausländer ab, da zwei französische Mitarbeiter einer Nichtregierungsorganisation bei russischen Angriffen ums Leben kamen. Aus diesem Grund wird nun viel darüber spekuliert, ob diese, ich sage jetzt einfach mal, übertriebene Reaktion in Wirklichkeit deshalb ausgerufen wurde, damit ausländische Reporter oder Spione einfach nicht mitbekommen, was in der Stadt passiert. Wir wissen ja, dass die Ukraine mehrere Brückenköpfe auf der gegenüberliegenden Flussseite besitzt, diese aber nicht ausweiten kann. Wir wissen ebenfalls, dass die Stadt das Sprungbrett zur Krim ausmacht und aus diesem Grund strategisch wichtig ist. Was wir auch wissen ist, dass das Gebiet um Kherson schlecht bis kaum verteidigt ist und was wir offensichtlich ebenfalls wissen, ist, dass Russland sich entlang der gesamten Front im Angriff befindet. Bei Kherson sind die Einheiten stationiert, mit denen die russischen Streitkräfte am wenigsten anfangen können. Soldaten aus der Küstenwache, fast vollständig aufgeriebene Teileinheiten oder Teileinheiten, welche nicht mehr die nötige Ausrüstung besitzen, um an der Front eingesetzt zu werden. Aus Videos von Soldaten, die sich öfter über die Lage beschwerten, konnten wir in den letzten Lageberichten herausfinden, dass viele auch seit Monaten nicht mehr rotiert wurden und kriegsmüde sind. Für die Ukraine wäre das also der perfekte Moment, die Brückenköpfe zu verstärken und auszuweiten. Sie besitzen ohnehin die Drohnenüberlegenheit und ihre elektronische Kampfführung und Flugabwehr sind in diesem Gebiet weitaus besser als sonst wo an der Front. Es spricht vieles für eine ukrainische Offensive in dem Gebiet, weshalb ein Aussperren von Ausländern durchaus Sinn macht, um die Vorbereitungen so gut es geht zu verschleiern. Was aber dagegen spricht, ist natürlich, dass sie den Fluss überqueren müssen und dabei auch eine Menge Fahrzeuge und schweres Gerät transportieren müssen, was wie eine Herkulesaufgabe erscheinen mag. In westlichen Ländern würde man so vorgehen, dass erst Infanterie übergesetzt wird, die dann einen großen Bereich sichert. Diese Infanterie wird dann mit Flugabwehrsystemen unterstützt und dann wird damit begonnen, Pontorbrücken und Fähren einzusetzen. Aus meiner Sicht hat die Ukraine die Mittel und da sie bald auch F-16 nutzen kann, ist dieses Szenario durchaus möglich. Doch bis es keine weiteren Anhaltspunkte gibt, ist dies natürlich nur reine Spekulation. Laut russischen Quellen gelang es ihnen, die ukrainischen Verteidigungsanlagen bei Novomikajovkats zu durchbrechen. In der Nacht von gestern auf heute sollen russische Soldaten den östlichen Rand der Ortschaft erreicht haben. Auf ukrainischer Seite wurde kurz zuvor ein russischer Angriff gemeldet, der aber nachweislich geschlagen wurde. Möglicherweise handelte es sich dabei um eine Spehgruppe, um die ukrainische Verteidigung zu testen. Sie wissen ja, dass auf russischer Seite gerne eine Handvoll Soldaten geopfert werden, damit man aus der Ferne betrachten kann, woher das ukrainische Gegenfeuer kam. Dabei könnte das einer dieser Scheinangriffe gewesen sein, während der richtige in der Nacht erfolgte. Da wir keine Geolokalisierung von russischen Soldaten oder Fahnen oder irgendetwas in der Richtung besitzen, habe ich das Gebiet vorsichtshalber gelb markiert. Das ändert sich natürlich dann, wenn wir die ersten tatsächlichen Beweise haben. Dennoch wird über diesen Abschnitt gerade viel berichtet, sodass es sich nicht unbedingt um eine Fehlinformation handeln könnte. Bei Bilorovka greifen die Russen aus dem Norden erneut an. Sie versuchen, mit dem Fluss zu gelangen und greifen aus Richtung des Waldes aktiv an. Hier verteidigen die Ukrainer ebenfalls seit Wochen das Gebiet, und zwar bisher erfolgreich, da sie natürliche Geländeeigenschaften in ihrer Defensive mit einbeziehen. Wie die ganze Sache aber ausgeht, sehen wir die nächsten Tage, wenn es neue Infos dazu gibt. Bei Sinkovka geht das selbe Spiel so weiter wie bisher. Die Russen greifen fast täglich an, scheitern und versuchen es dann auf selben Weg wieder. Nun graben sie sich aber im Wald ein, um zukünftige Angriffe besser durchlaufen zu können, da die Soldaten der 138. Brigade, welche aus dem Wald angreifen, bessere Chancen haben, teilweise durch eigenes, kontrolliertes Gebiet zu fahren, als immer wieder den Kampf aufzusuchen, bevor sie dann für Sinkovka selbst zerstört werden. Die ukrainische Beteiligung hat sich hier als äußerst effektiv erwiesen, jedoch kann sich sowas schnell ändern, wie wir auch bei Afdivka sehen konnten. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 die H und Der Vielen Dank.